15 Jahre Internationale, A Cappella Woche, Hannover Für mich ist das Besondere irgendwie, diese Menschen, es werden täglich mehr, also heute waren bestimmt wieder 80 Leute da oder so, das ist total beeindruckend, wie jeden Tag Leute dazukommen und es einfach so schön zu sehen, wie inspirierend die Leute das finden, einfach in dieser tollen Akustik miteinander Musik zu machen und das ist für mich einfach so das größte Geschenk, dass danach total viele ankommen und sagen, wie toll sie es waren und wie viel Spaß sie hatten. Musik 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 Die Schuze, danke dir. Macht es nochmal, sozusagen stark, das erste und die Wiederholung leise. Zweite und vierte Stimme macht du und erste und dritte Stimme macht text. Ich war dankbar für euch, dass das am Ende des Jerusalem noch nicht genug sicherlich, aber dass das eine andere Farbe bekommen hat, irgendwie auch ein anderes Ductus, ein anderes Level. Das hätte ich mir zwischendurch und auch vielleicht abschnittweise ein bisschen variierter schon vorgestellt. Es ist nicht nur, wenn die Herren mit uns arbeiten, sondern grundsätzlich ist jeder Tipp für alle gut, wichtig, bemerkenswert, überlegenswert. Und es gab dann eben auch Dinge, wo ich dachte, na hallo, ja, also wie kann der Lever darauf kommen können? Nein, wir sind keine Profis. Und ich denke, das zeichnet die Gruppe aus. Die Schuze, danke dir. Die Schuze, danke dir. Die Schuze, danke dir. AmKK-Nister W débutant carga aber nicht nicht weniger. Ich verstehe, ich verstehe, und ich sehe, und ich sehe, so viel kostet der Weg, den ich gehe, so viel kostet der Weg, den ich gehe. Ja, das ist wirklich toll, wirklich super. An welcher Stelle war es noch nicht so gut. Bei der ersten ist es mir immer, ich habe das Gefühl, gerade am Ende ist es nicht so schön. Das reicht nicht, gell? Weil du hier schon irgendwo bist. Ja, noch das E. Vielleicht hast du auch zwei, das geht auch. Ich verstehe, und dann nimmst du mit dem anderen Arm, oder so. Probier mal aus, quasi, Tänzer, aber versuch mal die Bewegung, die dich da unterstützt. Wo ist da was, wo es du jetzt sagen würdest, da willst du gerne fragen? Für mich sind es die Bindungen, natürlich. Und, ähm, also das ist, so dieses auf eine Ebene halten, die Sachen, dieses hu 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 hu. Ja? Ja. Wie fühlt sich das an? Hast du jetzt das Gefühl gehabt, du hast hier mitgearbeitet? Ja. Denk mal mehr Richtung Ü-I. Also das offene O und dann nicht so sehr zum U als mehr zum I. Mach es ein bisschen spitze. Unsere allererste Frage ist erstmal, welche Emotionen will ich mir denn aussuchen? Vorschläge. Wütend. Wütend. Eine Möglichkeit. Was machen wir? Melancholisch. Melancholisch, okay. Zwei. Das will ich auch spüren. Das ist scheißegal, was die ihr machen. Ihr wollt einfach nur entweder triumphieren. And I feel it's the worsted. Oder leiden. And I feel it's the worsted. Und nochmal leiden. Und nochmal leiden. And I make it rain. Alles klar, okay. Danke, bis dahin. Aber je mehr, jetzt kann ich so einfach. nerfahrer. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. M issues auch immer. Nee, 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 nee. Ich verschied第 4, 4. Nee, nee, nee. Ich kenne Leute, die waren vor vier Jahren schon dabei und seitdem eigentlich jeden Tag, auch dann Montag bis Sonntag, jeden Tag dann da gewesen und habe eine Flasche Wein geschenkt bekommen und hier mal zwei Euro zugesteckt. Das ist total süß.